n st die in st doch man ist wenn ich aber wirklich scheiße es war ein kasselstädter und gut muss aufpassen Was ich mich frage, wie ist dein leichter runtergefallen? Ist dein Charakter noch so gelaufen und dann runtergeflogen, oder was? Nee, ich stand auf dem Geländer, weil ich gedacht habe, du wärst tot und würd ich da runterjumpen. Jo. Ich wollte ihn halt von der Seite wegpumpen, weil er dann auf dich konzentriert war. Dann hol ich mal die Kiste schnell ab. Geh doch einfach mal auf meinen Namen oder auf meinem Account und da steht das. Äh, äh. Nimm ich die 95 mit. Für die habe ich aber keine Munition. Nimm ich die mit und dieselbe Munition jetzt nochmal. So, dann brauche ich jetzt Schrottflinzen. Schrottflinzen der Geldgemon. Schrottflinzen. Äh, ich hab drei Sniper, deswegen nehme ich mal noch Sniper mit. Soll ich starte? Warte, nein. Und... Fuck, der braucht nicht drei am Mund. Davon hab ich aber auch genug. Meine Sniper braucht dreimal... Ähm... Hat jetzt dreimal 30 Munition mit. Geil. Du kannst starten. Du kannst starten. Nee, doch mal. Mh... 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 Auf jeden Fall gefühlt fast bis 7 Uhr morgens. Wir waren bis 7 Uhr morgens wach Jason. Alter. Du hast ja um 6 Uhr oder so hattest du gesagt von wegen hast keinen Bock mehr. Mh... Dann wurde ich ja müde, weil ich K.O. war. Mh... Ja. Und dann... hab ich doch bis in YouTube geguckt und bin auch eingepinnt, aber... Mh... 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 Das Problem ist heute, darf ich nachdurchmachen bis morgen früh... Warum? Bis morgen Abend eher gesagt wegen mein Schlafrhythmus. Hör, heute können ich uns hier nicht mehr. Mh... 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 Ich bin jetzt schon wieder angeschreibselt. Ach, YouTube. Was dann? Was von YouTube? Ah, es wird jetzt angezeigt, dass ich online bin. Also das Stream ist an. Ja. Mh... Du kennst den Danny Justin, da, ne? Mh... Danny Justin! Der Trove einmal angefangen zu spielen. Er bekommt einfach, äh, Dings geschenkt. Äh, wer ist der, äh... Alpern. Digga, er kriegt ja veralpern geschenkt. So, warte mal, wo sind wir hier? Wir sind da unten. Ab zur Kommunikationsstation. Findestreams jetzt an, du kannst ran. Warte, Domo. Ich nehm die Sniper in die Hand. Domo, warum nimmst du keine langläufige Shotgun mit? Habe ich du? Eine langläufige. Also... Keine kleine abgesägte? Was ist das Zeichen eigentlich? Weiß ich nicht. Telefonmord? Kann man den Schneemann unboxen? Ne. Ich höre hier... Schüsse. Ich auch. Das Haus, wo du ihn glaubst, hat schon bis fast. Ne. Anderes. So. Mal hier rein. Äh... Ne. Da öffnen. Ne. 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 Sone und so viel verlegt. Moment, da machen wir uns eins. Oder... Ne, ne, ich hab das Sniper und den Denkler... Man hat der PK. heißen müssen ein stadt nicht die ausschalten dann bist du ein Schuss dann jetzt raus holen den Weg klatschen die Schrottflinte ist der beste Freund eines Menschen eigentlich die Waffe die Schrottflinte rettet jeden Menschen in der Not wenn er angegriffen wird schieße einfach auf den Körper er bekommt Schrot in den Bauch und flieg nach Afrika so jetzt kannst du auch eine Schottkern bedienen also nehme mal eine Schottkern mit bye bye klatsche ich würde es mal echt gern wissen wie weit man diese scheiß Schüssel die Schüssel sind nah rechts neben mir hier sie 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 Es ist safe. So, mal schnell rein. Das öffnen. Hier oben. Äh, vor uns sind Schüsse. Ja, 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 dass sie Schüsse sind. Noch passiert ja nichts. Oh, hier ist das Haus, um wem ich gestorben sind. Mach dich bereit, falls sie jemand drin kennt, ne? Lass die unteren Stecker sichern. Hier ist safe. Hast du geschossen? Wollen wir obere Stock jetzt clearn? Die Türen sind zu. Okay, hier war noch keiner. Wir haben viel zu wenig gelootet. Hm. Weil das alles ist kein Loot. Ich hab nur meine Munition und die hier mit, alter. Komm mal mit, lass mal da rüber. Da war eigentlich grad noch relativ beef. Ja. rechts von uns. Das heißt, wenn da können wir noch ein Gier holen. Schüsse werden immer lauter. Vor mir. Komm mit. Hier hoch und hier sneaken wir hoch. Lass mich erst mal ein Ausxipsen, falls einer am Baum kämpft, okay? Wir können uns nie sicher sein, wo die hier sind. Über mir. Ja. Der hat mich gehittert. Komm runter. Der hat mich gehittert. Weg rennen. Weg rennen ist keine Option. Aber doch, jetzt diese die beste. Wir rennen außenrum lang zu denen hoch. Und von dort aus holen wir uns dann die ganze Gier, die die haben. Warte. Warte. Falls die da nur rumliegen, kann ich einen ja wegsnipen. Ich weiß, wo die gerade gehockt haben. Warte, ist hier ein Ausgang? Nein, ist hier nicht. Ich weiß auch, wo die gehockt haben. Der Plane ist inkommen. Beware der Zollzonen. Es wird gefährlich sein. Warte, wie schnell sind die jetzt weggekommen? Schnell. Oh ja, die fänden sich da unten im Haus. Die holen sich den Absturz. Warum? Klar, wer will denn nicht weiß, was da für eine Gier drin ist? Munition on mass. Aber nächstes Mal, wenn wir einen Drop haben, das wird auch Munition für mich da unten. Was ist da drin? Na. Nur eine Schrotflinten-Skizze. Was für eine? Was für eine? Die Silverado oder so. Wo ist der Absturz gewesen? Siehst du den? Ja, oben auf der Karte. Ich benutze schon den Kopfhörer. Nein, nein, nein. Was sagst du? jump. Ey, falls du irgendwas Kreistes dalassen, lass mich auch mal deswegen rein können. in könnte es sein dass Leute sind die nur beim Job kämpfen weil ich nicht der ist auf jeden Fall nicht viel gelootet bei der Reinfarkt die Bahn welche da oben sind auch welche das ist durch dein Handy aber diese Kopfhörer haben kein Mikrofon die zu dann musst du Mamas Bluetooth Kopfhörer nehmen die großen oder meine großen die haben ein Mikrofon eingebaut aber nicht diese die sind gerade genau vorne Robb-Ausgabe ja hier werden irgendwo Gegner schillen die sind ja auch so Mikrofhörer renn durch, so renn durch, renn durch, renn durch hast du auch versprochen nur noch den Wegkehler renn nur noch den Wegkehler renn wir müssen sogar raus, oder Dorma? ja weiter dann Bum, Stero, was geht? nicht viel gehen wir eigentlich noch Dorma? mhm Radioaktivität ist gerade gekommen hehehe wahrscheinlich jetzt verrecken da tausende von Leute ich hab so schlecht gelootet, alter direkt mal nochmal ne Runde drücken warte kurz, schluck mal ob Schleppel abhören Gede Morganisch, alter so, meine Damen und Herren Finn und Jason, ich geh kurz ins Wohnzimmer, mir wird zu essen holen das ne ja, das weh mir das muss halt, wenn du mal los hast du gern, merk, der hat dich als Dame bezeichnet hä? was? er meinte dich als Dame nein oder falls jemand im Ring ist, im Spiel, noch warum lass ich nicht einfach die Musik von Spotify weiterlaufen? so, dann und dann dann das Vielen Dank. Und jetzt kommt schon, weil sie sind, Ibel 8. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. 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 Hallo? Hallo? Hi, confusion? Hi, hä. Hi,チャ SPAR-2-1-2. Hi, ha, hi. Fah, chair. Vielen Dank. 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 Ja. Achtung. Starte jetzt. Achtung. Ja. Achtung. Achtung. Ja. Achtung. Ja. 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 Achtung. Achtung. Okay. Achtung. 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 alter auch richtig kamen wir sind sie sich gerade komplett an die wöschel gegangen ich steck ihn bitte nicht so tief rein Swiper ich will gar nicht wissen was sich gerade so tier Sophia dabei denkt wenn du das so sagst sie hat Kopfhörer auf sie hört nicht aus dem Weg man sich nicht muss man eben ab die Klinik herstellen morgen 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 er ich starte und nur so viel hier so ein kleiner Bingo auch nicht schlecht ich hab jetzt 900k leben, ich hab wieder 1k weniger bekommen hab ich doch fein gemacht Feini, ich hab ein richtiger Feini bist du nicht schockt ob ab und es hat genommen die und mit not und 2 7 ich stelle jetzt erst mal 30.000 shotgun munition ist mit deiner stimme alter das kann man als schwanz im maul ist er den einzigen schwanz im maul ja mit schluss aber wirklich so angehört neben fettgesicht und weißt du was das ist ich komme noch im stimmbruch ich bin wo ich nein ist er nicht weil ich nämlich die das meine tiefe stimme jetzt habe ich brauchen durch mein stimmbruch hat die noch mehr ab so ich starte neue belohnung vorgall warte ich habe eine kiste die will ich aber öffnen oder so was einfach nur rotzeln da fressen äh nein acht spend nicht beim waffen den komponenten nicht die ganze Zeit man gehen wird nur und an die Tafel und starten die mehr bis dahin ist relativ die Tafel und starten die Tafel die Tafel Handschuhe kostet nur 95, weil die Geld haben. Setz den doch die Mut. Die Mutze. Die Mutze. Die Finn ist komisch. Finn, was hast du eigentlich gerade in meinem Stream reingeschrieben? Gar nichts in meinem Stream reingeschrieben. Ich war manchmal in meinem Stream drinnen. Oh, oh, wer ist das dann? Und warum habe ich jetzt zwei Leute in meinem Stream? Moin Meister. Moin der Stream. Spaß. Abgehen das Stream. Dann weiß ich noch einmal so was, auf einmal direkt ein Zuschauer mehr weg. Huch. Ich schwör's dir, teilweise sind das alles nur Amerikaner, Morokaner und Chinesen, Alter. Wie mir alles zuschauen, bei Gott sogar. Ich hab schon so oft Deutsch gesprochen, ne? Oder ich hab einen immer wieder in meinen Twitch drin. Ich schreib, ich sag 30.000 Mal. Wer bist du, magst du dich mal vorstellen? 30.000 Mal. Und er? Wie öffnet man den Chat? Der hat sich einmal was reingeschrieben, Alter. Wie öffnet man den Chat? 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 Alter, ne 4. Wo? Wow. Hier ist so ne Typ, ne? Da kommt n Scheisse, äh, der Ding. und ich bin aber in der Welt was ich nicht in der Form und schockt bis zu dir knüpfer ab ich bin und stoffen uns und kommen nicht das wurde ob die Munition drin hat ja man sieht ja nur unten recht ich hab da das streaming interface ist macht es nach macht doch einfach nach links die die ich will mehr mehr die die ich habe tromsten mit starken Schatten die und zwei Schottkampen und und ein Schild um nur ich mag sie die Witzel und und uns der Weg bringen Der Weg führt hier lang nach links Nicht mehr vor die Flinte laufen Beim nächsten Mal knall ich dich einfach ab Gegner Der ist hier runter gedüst Warte Hier ist ein Toter Der ist wie nur eine Stole der Tote Da ist er Oh Wach auf, Fallschaden Noch einer Da sind drei Leute, ich versuche näher ranzukommen Hinterm Baum ist einer Ich zücke jetzt mal meine Schrottzki Du konntest sauber pushen, weißt du warum? Ich hab die bisschen unter Feuerschacht gehalten Ähm, ja viel Spaß Der eine sitzt da im Glitch, ne? Der ist unter der Erde Warum zückt der nicht seinen Shotgun, wenn ich R1 drück? Ich drück einfach R1 und er will nicht Er ist der kleine Gangster Was zum verfickten Scheiß Das Game ist ja noch übelst verbagt Ja und ich brauche Toast, weil sonst kann ich meine Chilika und Karne nicht essen Komm gleich wieder Oh, da hast du einen Löffel, du Spass Hä? Warum beleidigst du ihn eigentlich direkt? Na, verstehst du mich Wolltest du vielleicht per Gefallen-Tee? Ne, ich darf das Ne Doch, darf ich Nur Sophia darf das Ne, ich darf das auch Ja Ja Weiß überhaupt, warum er nicht beleidigt werden will Hm Ja Und warum? Ich weiß nämlich auch Ja, ich frag dich ja, warum Weil seine Ex ihn immer beleidigt hat Ah Will er sowas nicht Das hat er mir sogar persönlich gesagt Ist so schön für dich Das hat er mal sein lassen, bitte Oh, oh Oh, oh What the fuck da überhaupt Oh So Oh Vielen Dank. 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 Ja, ich mach mich dann fertig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Wir haben... Ja. Wow. schön... ... 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 und das stand hallo und drei Boxen sind da drin spielten ich finde sogar echt das Spiel hat mehr Logik als hier sagt man schnell geht ja ja guck mal was, das geht ja für nur, man fährt mit einem Auto, fährt einer gegen Auto, kommt entgegen und bleibt einfach noch im Auto drin, wenn man nicht angeschnallt ist meistens Domo Bock vielleicht auf GTA, Cabino heißt das kann ich noch mal oder mhm Can we try aber erst will ich nur ein bisschen was hier dort spielen mit einer Kalaschnikow also hättest du gerade den Gegner gesehen, den ich gerade gesehen hätte, du wärst tot gewesen P90 und M16 ich meinte der ich gekillt hat Domo mhm da waren Gegner noch außen ja der war direkt hinter dir mhm zum Glück ist das Gebiet verlassen es gibt Katzenessen in diesem Spiel es gibt was? Katzenessen ja so ich darf mich dann mal neu Equipment, am besten mit keiner Burst, mal mit einer Burst haben wir ihn gerade im Spiel gesehen, ja Lost ja Lost hochziehen so so was habe ich jetzt die ist eigentlich ne relativ gute Waffe, das heißt die nehme ich mir mit David Jackson David Jackson David Jackson David David Jackson mhm Jackson David David Jackson David David Jackson mhm Jackson 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 du kommst jetzt sofort hierher David es ist schon 0 Uhr 11 Geisterzeit David es ist 0 Uhr du musst jetzt schlafen Piep 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 Vögel David Jackson David Jackson mhm was hab ich denn gelabert Piep 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 Vögel so bist du bereit ich starte nein wir turnieren es ist ne neue Map die müssen wir sofort spielen äh was gron hä was grossheim tal korrigiert mich wenn ich falsch ausgesprochen habe woher wollen die wissen wie das ausgesprochen wird die haben das spiel nicht einmal gezogen wahrscheinlich die meisten ja aber trotzdem man kann das vielleicht anders aussprechen im an fahrern oder grothheim oder grondheim 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 Katja Du bist David Jackson Herr Dom, in diesem Map haben wir doch schon mal gespielt Du hast auch gerade den Atompilz auf den einen Gerade noch zwei Aber einer geht die ganze Zeit und denkt sich Bruder, muss los Eva hat Sonderangebote Und kommt denn wieder rein, oder was? Hm Oh, bitte, Göns, Göns, Göns Göns Sophie, äh, Dommer Wollt's mich gerade, Sophia, ne? Ja Ich bin doch nicht meine eigene Freundin, Alter Doch, nein, Spaß Ähm Warum ist man mit zwei Leuten Drei Leute sind in einem Hä? Es wird nur angezeigt, da ist ein Bug Du kannst ja auch als ein Außenseiter wechseln Weil er keinen Mate hat, weil er Solo sucht Warum ist das eigentlich gut? Ja, keine Ahnung, das ist ein Bug Eigentlich sind in Wahrheit, glaube ich, die anderen beiden Solos Ähm, Team David Jackson David, David Jackson David Jackson David Jackson Also, ich geh direkt wieder Die Map finde ich ist ganz klein Ja, aber dafür gut Das war meine erste Runde auf dieser Map Pati ist ein Mülleimer Näh ich hab Essen rausgebekommen Alter stopp ich mir garantiert nicht in die Schnauze die das ist so die Tom Kanzes Essen noch in die Müll stecken und und Knie weil ich mich gerade Wunder ist ob es Deutsche sind oder nicht weil komischerweise habe ich nie Deutsche im Stream und wenn sie mal was schreiben dann kommt da nur so ein Rotzbei rum wie zum Beispiel du Puddingfresse oder du bist ein kleiner Go oder was weiß ich weil es einfach ApoRed Kinder sind ich würde jetzt noch weiter durchdrehen nur dann wird YouTube sich denken kommen den kleinen Paul Berger blocken wir jetzt einfach mal oder gleich Bun David Jackson du wirst jetzt sterben David Jackson und vor allem jetzt hätt ich dich sogar noch killen können wenn du gerade bist guck jetzt wärst du auch noch Warte mal ich muss mal ganz gut das Kartoffel öffnen jetzt definitiv so da oben ist ein unerkundeter Ort den will ich noch haben ich hab übrigens ne Pump Action Shotgun ne Flinte ne Flinte Unisai 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 Domme ich glaub doch eher dass sie das Zeichen sind wo es diese äh Sachen gibt mit Feuer und so und so oa dass er diese Visier und so einfach nur zur Waffe so dörten soll das heißt die Waffe hat und die gar nicht n in die beiden sind bei ich hab ja gestern Abend als nachtlich gemacht haben ja gesagt um das ja vielleicht ist dass man die Waffen modifizieren kann um damit Staminot haben in in das nächste in die Hand und ein Kilometer alle Leute sind verräter alle anderen verräten ich bin die alle anderen verräten nirgert haben raus als ein mit aus Ich guck in der Kloschüssel, Alter. Wo gehst du hin, Junge? Du weißt, dass es denn nicht mein Problem ist, wenn du schrubst. Ich hab' einen Weg, ich wollte es dann. Heilung, ich bin nicht weg. Was du gerade so geschrien? Ja, ich bin untergefallen, untergesprungen. wir müssen mal ausschauen halt nach irgendeinem code hier ist ein verschlossener tresor dingen dünger was will ich mit dünger da scheiße ich auf der wiese da habe ich dünger hab ich auch noch einmal auf die Wiese haben mit zwei Diener nein ich habe den Ding Elektronik Teil wo kommt denn überhaupt eigentlich lol bei uns was denn ich konnte gerade irgendwas aktivieren wir sind bei einem zeigt tresor weiß ich nicht suchen anderen hebel hier ist der tresor hier ist einer aktiviere mal den hebel und warte wir müssen schauen wo noch ein anderer ist hier hab ihn hier unten genau aktivieren aber ich es aktiviert und ja ich kann ran dass mich nichts nehmen bitte graue und grüne waffen digger graue und grüne waffen du hast eine Farmer ich will die mach mal schneller ich will auch noch mal ran nimm und renn schützt mich oh MP5 nimm und renn wir müssen raus wir sind zu gut ich hab ne MP5 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 alter wir dürfen nicht sterben domo ähm da ist ein ausgang wo ist der dass du die MP5 nicht nimmst ne da oben wir müssen nach da oben ich hab Schüsse gehört ne egal ich nehm jetzt die SCAR ich hab für die MP5 keinem und ich hatte noch die Schotten 19 Uhr ich will eigentlich noch was mitnehmen was ist denn da noch drin da ist ne Hauer da ist ne Auer ähm nehm ich mit warte ich will nochmal reingucken schütz mal sonst sind wir nur schlechte Wappen wollen wir den Drop abwarten mhm das nicht oder der ist eh zu weit weg das wird unser Todesurteil warum um wir müssen auch da oben irgendwie von mir lang mhm mhm da treppe mhm 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 weißt du warum mhm 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 springen mhm 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 Okay. Papa, fick die RP für mich. Ist du auch rauskommen? Gerade so eben. Warum kam links? gegner ja ne augen ist gar munition massenweise heilung massenweise dynamit perfekt besser kann es nicht laufen nein alles bekommen ne augen ist gar das ist mir am besten ich habe noch immer diesen wenig nur nur was schlug mir kürze denn eben nicht so ich muss sagen ich glaube ich kann für die mp5 munition herstellen ich will mal gucken ob ich die munition herstellen kann also ich brauche jetzt pro dinger ne mindestens wirklich mindestens übel für material 6 verbesserungen bauen 0 0 erfordert mich an die material teil mit heilmann mag man kann ich nicht durch ihn die kiste bekommen ja habe ich so wenn ich glück habe komme ich jetzt nur guten shit alter habe ich schon habe ich schon habe ich schon was hast du bekommen kiste materialien mpn 63 rakt und elektronik egal ich will auch so eine waffenhau so jetzt lagere ich erst mal meine augen ein ich will die werkbank abholen dann kann ich nicht nur bauen dann kann ich auch eigentlich die munition dafür nehmen aber das hat keinen bock für alle und jetzt geht hier auch noch nur unter habe ich kann auch weiterspielen auch Wo weißt du, wenn ich davon ausgehe, dass es Leute sind, die ein-Stream-Snipern. Weißt du auch warum? Warum? Weil das Komischste ist, der hat High und dann... Also ST Haya geschrieben, ne? Ja. Das Ding ist... Guck mal, danach zwei Minuten, komischerweise hat uns eine Person gesehen und wusste sofort, wo wir sind und wir waren tot. So, ich starte jetzt nochmal. Bist du bereit? Ja, ja, bin ich. 3, 2, 1. Warte mal, ich hab keine Waffe. Lul! Wack! Abbrechen! 2, 1. Wenn wir reingucken, keinen Löffel ab. In eine schöne Waffe holen. Ähhh, scheiße, bin ich stumm. Prozent ich habe mich und stehen die Erfüllung ich glaube ich bin dann der Stelle jetzt auch mal die Stimme mit sie nicht sehen was wir drücken bei mir geht das gewaltig auf den Sack dass die ganze Zeit Leute uns sag ich mal finden obwohl da irgendwie nichts ja nee brauche ich nicht erwähnen Bye bye und haut rein I've lost you